Hier ist nichts drin. Ja, war eine gute Idee, die Catacombs nochmal zu verlassen. Wie gesagt, jemand hat mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass die Catacombs ziemlich schwierig eigentlich sind. Ich muss mir also nicht unnötig das Leben zur Hölle machen. Oh, hi Jungs. Ja, ihr seid zum Glück relativ langsam. Und er macht mittlerweile mit seiner, womit auch passablen Schaden, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, wenn sie nicht eine Maufunction hat oder uns selber röstet. Ja, und hier könnten wir theoretisch tanzen. So, stirbt du noch? So, gut. Mir gefällt auch das Design von der Pyramide ziemlich gut. Ach, ihr seid ihr hier rausgekommen? Oh. Okay, mit... Mit Fernkampfwaffen treffe ich euch gar nicht, das ist schlecht. Ich will mich hier die Ecke drängen lassen. Okay, mit der Knarre kann ich euch treffen. Hier sind die rausgekommen, vermute ich mal. Wobei das ein bisschen eng sein dürfte, in einem Sarg zu schlafen, Jungs. Sogar die Kerzenhalter sehen schicker aus. Hier drin. Ja, man merkt, wir sind in einer so einer Art pseudoägyptischen Pyramide. So, ich will mal kurz hier runter gucken, runterklettern. Oh, hi. Ja, komm ruhig her, so. Der nächste Kandidat. So. Hier komme ich wieder hoch, nehme ich mal an. Dann rasten wir mal kurz. Die nehmen weiterhin Schaden. Oh, du bist hungrig. Ist was. Wer hat das Anti-Venom? Achso, das hast du. Okay, das Schlangengift scheint doch etwas hartnäckiger zu sein. Äh, wie ging nochmal die Anti-Venom? So nicht. So auch nicht. So auch nicht. So nicht. So geht Gift. So nicht. Achso. Müssen wir Heidrang verschwenden. Und du hast auch Hunger. So, iss mal was. Du, zauber uns neues Licht. Und dann ruhen wir uns kurz mal aus. Wieder einer, der Hunger hat. Aber das geht ja noch, weil... Weil ihm nur das Mahler nicht regeneriert. Geben wir trotzdem mal einen Fisch. So. Dann klettern wir nochmal hier runter. Gut, hier sind wir direkt beim Teleporter gewesen. Irgendwo da, ja. Oh, hier ist was. Wo und wo, von dem ich nicht weiß, wie man es aufbekommen soll. Da liegt auf jeden Fall was. Da liegt auch was. Ein Trank und eine Fackel. Äh. Eine Fackel. Crossbow Bolts. Speed Potion. Oh, und du hast auch schon wieder Hunger. Das da ist damit auch aufgegangen, hä? Eine Karte. Ah, ja. Das sieht aus wie einer von den Schreinenden. Und mit Wasser könnte das sogar der Wasserschrein sein. Äh, hoch. Das will ich mir doch gleich mal ansehen gehen. Äh, tappen wir... Äh, dabei... Gleich mal über das Ding drüber. Werden wir uns dann zurückziehen. Ich höre nicht, dass was aufgeht. Ist hier irgendwas aufgegangen? Weil hier höre ich sie auch immer noch rumschnaufen. Genau, hier hinter. Hm. Okay. Kurz mal rausgehen. Bei der Gelegenheit besorgen wir auch noch mehr Fisch. Genau dieses Gebäude meine ich da. Ja, genau. Das sieht aus wie der Schrein. Aber von welcher Seite könnte das sein? Von der Seite hier? Vielleicht. Hm. Sieht das Gebäude von allen Seiten gleich aus? Ja, sieht es. Aber die Seite scheint es auch nicht zu sein. Nee, zwischen einem Baum und einem Felsen. Naja, gibt es gerade mal vier Möglichkeiten, wo das sein könnte? Und ich kann hier durchs Wasser abkürzen und mir dabei noch ein paar Fische schnappen. Wenn ich denn welche sehe. Da hinten schwimmt kein Fisch. Da ist nur eine Mana-Pflanze. Genau, die Seite gibt es nämlich auch noch. Zwischen einem Baum und einem Stein. Nee, ist auch nicht die Seite. Da drüben. Das könnte es wiederum sein. Ja, den haben wir geweckt. Ja, hier ist ein Baum und ein Stein. Jo. Haha, perfekt. So, das dauert sogar ein bisschen. Mimic? Nein. Noch eine Harpune. So, eine haben wir doch schon. Und eine Sheet Potion. Naja, hat sich nicht so wirklich gelohnt. Egal. Es gibt sogar einen Chief, wenn man alle Truhen findet. Also, ist das gar nicht mal so schlecht. Fischi, Fischi. Komm, Fischi. Jawohl, ein Fisch. Haben wir einen wenigstens noch ergattern können. Weil ich auch leider die Befürchtung habe, dass die nicht respawnen, die Fische. So, hier hoch. Können wir wieder da rein. So. Gut. Machen wir ein neues Licht. Sicherheitshalber. Und wieder in die Krypta der Vergessenen. Naja, eine Fackel kannst du noch mitnehmen. Wann hast du viel freies Gewicht, weil wir ganzen Feuerbomben weggelegt haben. Auch gut. Eine Druckplatte fehlt noch. Da müssten wir das zu kriegen. Und die eine Druckplatte ist wahrscheinlich hier hinter irgendwo zu finden. Hier ist auch ein offener Sarkophag. Ah, hier laufen Ratten rum. Und ich habe einen Knopf gesehen. Ah, du solltest deine andere Waffe wieder nehmen. Ey. Geht weg. So. Was macht der Knopf? Der hat garantiert irgendwas gemacht. Das werden wir auf dem Rückweg sehen. Oh. Das macht der Schlange. Immer noch nach hinten gucken, ob da auch nichts ist. So. Snaketail ist das Essbar. Ah ja. Hi Jungs. Jetzt habe ich einen in der hinteren Reihe gekippt. So. Wir können mal wieder Specialer Attacks benutzen, bei dem so langsam wie die sind. Ups. So. Äh. Da geht noch mehr auf. Äh. Stirb. Stirb schneller. So. 17 Bolzen. Das ist schon einiges. Oh. Und noch einer. Äh. Kommst du? Ja. Du kommst. und Tarion hat schon wieder Hunger. Das glaube ich doch jetzt nicht. So. Dann ist hier lecker Schlange. Gut. Irgendwie verbraucht ihm seine Energie Regeneration verdammt viel Essen. Deswegen habe ich jetzt mal mir vorgenommen ich switche auf die Knarre um. Hier ist sonst nichts mehr drin, oder? Nö. Gut. Damit dürfte hier jetzt alles zu sein. Und wir müssten da einfach drüber laufen können. Nicht hier, sondern hier. Und wo bringt uns das hin? Hier bringt uns das auf jeden Fall zu einem Loch zum runterklettern. Wo ist gut, dass wir das Seil genommen haben und zu so einer naja da müssen wir einfach drücken und schnell sein, aber erstmal will ich das Loch begutachten Okay, so viel zum Loch begutachten so hier was aufgehen ich habe was definitiv was aufgehen gehört aber ich sehe nichts dafür habe ich einen Schlüssel kann sein dass wir jetzt auf dem rückweg böse überrascht werden bis jetzt sehe ich nichts das hier war ja schon offen hier war auch schon offen ich habe so das Gefühl hier auf dem rück weg ist was aufgegangen nä sagt bloß dass da ist aufgegangen aber zu welchem zweck und sinn bitte hier hier ist nichts hier sehe ich nichts aufgegangenes hier ist nur das blauliche licht hier sehen auch die wände nicht so als ob sie aufgehen könnten hier ist auch nichts jetzt ist irgendwas wieder zugegangen ich habe echt keine ahnung vielleicht auf der anderen seite etwas gucken wir mal kurz hin wir haben ja zeit so ja wir haben zeit aber mir fällt gerade was ein dafür muss ich mal kurz pausieren ich bin gleich wieder da